Dann wollen wir noch, Freunde. Ready for take off. Jetzt sitzt ihr da drin und jetzt müsst ihr da durch. Let's do it. Herzlich willkommen, Herr Bob, Freunde. Herzlich willkommen im höchsten transportablen Jeeperop Tour der Welt. Ganz gemütlich fangen wir erstmal an. Schauen wir mal, was die Kiste alles kann. Ganz gemütlich geht's los. Bitte. Du hast Angst, ich hätte Augenwacht. Du musst dich festhalten, Schatz. Und die Maske aufziehen, weil ich das sag. Aha. Du, du kannst die Maske auch nicht aufziehen, dann mach ich deinen Bügel auf, was du halt besser findest. Da würde ich sagen, wollen wir mal erstmal 40 Meter zum Eingewinn, zum Kennenlernen, zum Liebenlernen. Let's do it. Ja, man macht das mit, aber wir sind auch präsentiv. Das ist schon geholfen. Das hat mir auch gesagt, wenn alles gut runterfällt, knallt der genau auf die Seite bei Eber. Wie so ein Jumpscare. Ja, klar. Meine 40 Meter schön, meine schön sind ein bisschen hoch, wie sie sind. Wir haben einen ganzen Spaß, da geht schon ein bisschen hoch. Aber du sitzt da jetzt nicht drin. Das hat mich nicht drin. Aber da kann man es nicht. Ah ja. Nein, 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 nein. Aber ich war jetzt nicht so groß. Ich war jetzt nicht so groß. Okay, das war jetzt nicht so groß. Ich war jetzt so groß. Ich war jetzt so groß. Ich war jetzt so groß. Willkommen zurück, Freunde. Die meisten sehen noch ziemlich gut aus. Bei den anderen habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht, Freunde. Das, meine Lieben, waren 40 Meter. Der Turm ist 85 Meter hoch. Was könnte das heißen? Richtig. Jetzt fahren wir 120 Meter nach oben, Freunde. Jetzt geht's ganz nach oben. Doppelt so hoch und doppelt so schnell. Ringkreide für Runde 2. Hier wir wieder. Ringreide für Runde 2. Let's get ready. Kommt mal. Einmal hin. Einmal hin. Einmal hin. Geil, geil, geil. Ich werde dich nicht mehr an. Das ist immer besser. Neuheit 2.15 Uhr Die Kirche ist in der Stadt, die sich in der Stadt befindet. Wir haben auch einen Rahmen in der Kasse. Wir haben auch einen Rahmen in der Kasse. Wir haben auch einen Mitarbeiter, der hat einen Fisch genommen. Die Kasse ist ein Kasse. Wir haben auch einen Kasse. Ich bin ein Kasse. Ich bin ein Kasse. Wir haben einen Haufen hier in der Gegend. Und was sonst passiert hier? Veranlassen? Nein. Okay. Aber jetzt kommt Feuer. Und hier muss ich schon verkaufen. Möge es jetzt? Nein. Nein, ich glaube, das muss ich nicht. Ja, es hat jetzt schon mal andere getrunken. Et справа im Lauf. Drew ist hier in Jerusalem. Das war einrictinghof. Okay! Dann findet uns hier ja wiederiskunt. allen allein irgendwo im Lauf. Die Autenheimer und Oule站, ho.